so da sind wir wieder in der nächsten Folge und ich bin ich bin voll durch die Insel gefallen okay man hört es ist schießt es ist ein Block drin oder war ja dabei die Insel hier abzubauen und Klocki hat sich zu mir ach nee Klocki ist zu mir geflogen guck mal mein Hut an ja wie kann man ihn anlegen mit Haar und dann draufklicken und dann auf dann ich hab auch noch den Haar mit Haar hast du hier deine geile AK Klocki sind wir jetzt ungefähr Koordinaten wo muss man dann raufklicken auf Haar und dann also erst mal anklicken und dann auf dann dann also auf fertig Klocki sag mal ungefähr wo die wo die Wüste war ach danke für die AK ne ja mp ich ich verpiss mich ich keine Ahnung ich war einfach vom spawn in irgendeine random Richtung oh mein Fackel scheiße stehst du mal bei mir hier oben rum ja warte ich muss mir jetzt erstmal eine Fledermauswahl verwandeln dann verpiss ich mich geh ich setz ich mich an meine G36 R äh C achso Carlo die Map hat sich erst generiert als ich die das erste mal auf hatte so gesehen ich hatte ja nur dieses Galaxy Dings ja deswegen weiß ich nicht mehr die die nachirgendwann nicht wieder zurückfliegen ja ich die Sitzung ich geht dass man die G6 an der ich habe eben nebenbei also meinsthaft klein wird schon dann nebenbei offen guck ich mal das beste ist den Stoff habe ich sogar gefunden meiner Kiste ich war ein Dungeon drin so in so einem kleinen in so einer kleinen Höhle da stand einfach wenn eine Kiste rum sollte auch geben mal Leute die einfach sterben und die Kisten überlassen beziehungsweise Trude so wie es hier heißt Ah jetzt hab ich die Ah ok ich hab den Chester als Hut das geil ach so ich hab den besten Hut ihr könnt da nichts gegen machen Moshan Mordjam Moshan Mordjam hat Alter da macht die nichts ich hab One Man Army ich hab Blue Tears und ich hab Suspicious Head ich hab auch drei ja geil das wird Tag noch brauche ich die Fackeln nicht mehr Alter ja was ich brauche nur diesen Gun wie heißt das irgendwas Gun Gun Modification ja Gun Modification Table Needle Gun My Fiction is reloaded ach so dafür braucht man nur 5 Eisenbahnen und einen Kessel no easy ich mach mir jetzt erstmal einen Schalldämpfergleich drauf wenn ich die G36 hab wie craftet man nochmal Advanced Weapon Box wie Advanced Advanced Weapon Box Wox 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 ist das noch Advanced es gibt ne Advanced Weapon Box ja oder einen Chilton Zombie rum der würde sehr gefährlich sein oder ne es gibt keine Advanced es gibt nur ne Weapon Box aber ne Customization muss es da noch geben oder ja äh als erheben wird wird doch noch mal ein Modifikation der Welt Gun Modification Table oder Systeme nö nö an dem Modifikation ja Modifikation Modifikation Alter ich mein Essen wird immer noch richtig knapp Alter ja meinst nicht ich hab ganz klar das ist so habe ich auch nur Eisen und ein Kessel ach so doch mal das passt eigentlich ja fast ja fast mein Essen passt auch und also Karlos noch Kohle äh nein fuck ich hab ganz viel Kohle glaub ich nein nein kann ich mir vielleicht gegen kann ich mir vielleicht was leihen ja wegen der AK weil die hat jetzt äh extrem viel gekostet ähm ist eigentlich wenn ich komme und dann halt wenn du zu mir gehören oder dann bergab bauen wenn du willst nö dafür bin ich mir zu edel ok das finde ich mir zu edel also kostet das Ding insgesamt nur 13 Eisen und dafür kann ich mit Schalden auf eine Waffe hauen aber was äh wie viel kostet der Schalden der Schalden warte mal Silent Feinster neuer natürlich Silent Fein Fieberglas da ist es Clay and Sand mit ach das ja lol was ist das denn alter ja der robot ach du scheiße wie schlecht ich brauche nur Sand und Clay also so ein Leben so ein Lehm Batzen alter ja dann habe ich einfach alles bei mir hier zu sitzen mit Aluminium reingehauen so 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 ich bin's ja ich habe sogar noch alles was ich brauche ok hab silencer Premium ich habe mir sogar die Fieberglas noch vorproduziert ok damit mache ich mir jetzt erstmal meine G36C GW danke LG ich hab ne geile Waffe bloß Schalt und so haben wir erstmal ein äh Dingens gemacht ein Waypoint weil man oh uuuhh Kontraste Kind Kontraste Kalo Alter der ist einfach der Bosch Force Alter was macht man eigentlich aus Aluminium eigentlich gar nichts fast gar nicht ich hab's einfach abgebaut was cool aussieht wir haben einfach alles mitgenommen weil ich kann ich ähm wusste was es also was es alles bringt ich weiß übrigens ne Sache äh wie man seine Sachen äh mit 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 effizienz 3 und äh schärfe 3 da hast du ein Mini-Spinn im Wasser das Winni-Spinn im Wasser äh ja das sind so ne kleinen Wasserläufer Dinger ok jetzt brauche ich ich hab ein ich hab warte wie heißt das halt ich hab jetzt ein Foregrip ne ist die Red Dot Sign und ein Silencer jetzt brauche ich nur noch schnell meine customization bots und dann ist der Boss mit ner richtig geilen Waffe am Stüsseln Okay, falls ihr sie benutzen wollt, ne? Steht hier in meinem geilen Haus rum. Ja. In meinem Haus auch, ich hab eine Erdhöhle. Ich weiß nicht, was dein Haus ist, aber okay. Ja, ich hab einfach eine Erdhöhle hier. Worsthaft? Worsthaft? Mach mir auch gleich ein paar Magazine. Okay, drei sollten erstmal reichen. Und dann, okay, jetzt lege ich sie rein. G36, C. Silencer. Silencer. Silencer, ein Fenster. Ah, fuck. Ah, ne, ich hab ein A-Cock-Sign. Und Forgrip. Ja, ich pack noch nicht das drauf. Alter, nein, fick mein Leben, sieht die geil aus. Junge, beruhig dich. Okay, Max, da muss ich mir ein bisschen vor dir prallen, warte, ich komm schnell zu dir. Ich hab einfach den kompletten Berg jetzt abgebaut. Äh, du wohnst auf einer Insel? Ja, ist das so, den Berg auf der Insel drauf, man. Alter, fick, ne, Alter. Ich hab ein Stein, schwert keine Rüstung, aber eine G36C mit drei Magazin-Sylencer. Das ist keine Rüstung. Nein. Wichter. Bringt bei, deswegen. Und ich hab einfach die, mit einer der besten Waffen, die hat so keinen Rückstoß, Alter. So, und ich hab Hunger. Hat irgendein Essen. Ich brauch Essen, scheiße. Ja, ich glaub nicht. Äh, Max, sag ihm mal die Koordinaten, dann kann er mir hinterher fliegen. Ja, ich weiß, wo Max Haus ist. Dann komm mit. Oder? Glaub ich zumindest. Was ich dessen weiß. Komm einfach mit Glück hier mit. Ist das nicht, ist das nicht bei, da, bei minus 382 und 271? Äh, ja, ungefähr. Nicht gar nicht. Ungefähr. Aber flieg da mal hin. Es ist bei minus 423 und 311. Minus, äh, 423 und 311. Wie dumm das auch aussieht, wenn man die Waffe hält, Alter. Man sieht ja gar nicht, ob er zielt, aber nein, die Waffe muss ja natürlich mit einer Hand gehalten werden, die andere streckt sie einfach daneben aus, weil das kann, Alter. Echt? Oh Mann, äh, wieso brauch ich schon wieder Essen? Ich hab so gar nichts davon, ey. Scheiß. Ich fau mal das da um ab. Und ich glaub ich mal... Halt sie ganz gut. Okay, jetzt ist das auch. Gertrechte scharf gemacht. Guck mal. Warte. Ich bohse mich jetzt schnell um zum Boss. Oto, mir leid. Mach schaden. E-Taka. Nein, nur. Okay, Alter. D-A-K. Das ist meine G-6-3-6-3-6-0-K. Kann man die Hand, kann man eine Hand nehmen. Da hat sich... Hast du schon Muni da drauf? Oh. Das ist nicht dein Ernst, Max. Was? Wo soll ich wissen, dass du noch drei Schissen schläfst? Geh bitte mein Zeug wieder. Danke. Wie ist guckt man eigentlich raus? Wo bist du? Möchtest du bitte alles wiederhaben? Was bist du denn? Mit, äh, links. Wer war einfach irgendwo hin, Alter. Sorry. Ich hatte noch ein bisschen mehr. Äh, hast du jetzt alles verloren jetzt? Ja, ich hab... Du hast mir fünf Schüsse gegeben, die Spacken keinen... Nein, ich hab dir drei Schüsse gegeben. Und nimm mein Skin weg. Das sieht peinlich aus bei dir. Achso. Krieg eine Spitzacke, bitte. Ja klar, warte. Kraftstelle abwachen. Sorry, Alter, das wollte ich nicht. Au. Ich wollte mein Skin auswählen. Warte, soll ich dir eine Spitzacke geben? Ja. Okay, das war schon benutzt, aber... Na, ich brauche nur... das hier, meine geilen drei Magazine. Ja, das war echt nicht gewollt. Alter, ich krieg gleich... Ich zoom auf mich. Aber nur einen Schuss, bitte. Nee. Ja, damit ich nur weiß. Mach einen Schuss. Ja, dann gucken wir, ob das zu Schuss zum Glück geht. Hab das sogar. Einschuss, einschuss. Ich hab ein halbes Herz bekommen. Abzuh. Ja, dann geht das anscheinend... Fuck. Ich hasse das, Alter. Man zielt einfach mit... Lecker Maustaste. Ja, das ist voll doof. Ja, das ist richtig schön. Alles sieht geil aus, wenn du in die Hand hältst. Ah! Okay, fliegt mal wieder weg, du Opfer. Geht mich einfach, Alter. Ja, das war nicht mehr Absicht. Geh weg. Oh. Hey, weck dich. Ich hab ne Fledermaus, du bist ein Spack. Hast du dein, dein ist übrigens gut, ne? Ich weich, die Boll gerade ab. Oh, gut. Schneck ich mir erstmal hier. So, ich weiß gar nicht, wie das bauen soll, hier. Was? Hm. Mein Haus. Deine Dreckinsel. Naja, da kommt, äh, ich mach extra, ähm, zwei Dinger, damit ich noch den Holzbrunnen machen kann. Ja, geil, die erschwert mit Nockback 2. Oder damit ich allgemein den Brunnen reinmachen kann. Ey, Carlo. Die erschwert mit Nockback 2. Hast du eigentlich die Zaubertäbe, äh, Zaubertäbe? Wart. Ja, was ist damit? Ich. Hä? Das kann jetzt aber nicht sein. Was denn? Dein Ernst, jetzt hat sich mein Waypoint verschoben. Meine Waypoint haben sich einfach nach oben verschoben, Alter. Hm. Ich muss das. Ja. Ich brauch immer noch fucking Essen, ne? Ja, die haben sich beide nach oben verschoben. Hä? Ah, ne, die da unten haben sich... Hallo, ich bin in der falschen Gruppe. Wie changed man dessen Grupps? Keine Ahnung. Ich weiß noch nie wirklich, wie ich das Haus bauen soll. Ja, ab dem... Jetzt weiß ich nicht, wo die Gruppe... Äh, welche Gru... Wie man die Gruppe endet. Ach so, ja, lol. Äh, ja, okay, jetzt weiß ich. Hab ich doch eben gemacht. Wie hab ich das? Code? Hä? Hä? Code, Alter, Code, Junge. Hallo, jetzt sind sie da. Okay. Auf geht's mal. Tschüss. Beste Aufenthalt. Ich zeig ihr meine Waffe. Ich werd sterben, Alter. Ich weiss doch nicht, dass du so weird bist. Ich war ja erstmal provisorischen Grundriss. Hast du das gerade gehört, Max? Was war das? Reiches und Silent da hintereinander. Auf deine Insel, genau neben dich. Neben dem. Leider sich gemüt. Lol, top secret und lol. Okay. Ich wollte nur das Kneipe, Alter. Dann one-hätte ich ihn schnell. Ja, komm, Alter. Mach dem. Mach dem. Deswegen hab ich jetzt 10 Level verloren, Alter. Nur wegen dem Spaß, Marc. Jiiiihihi. Hm. Max, gut. Lol. Der hat mich gekickt. Was sagt er das? Das tut mir jetzt leid, ne? Kickt mich einfach. Weil ich halte mich schon auf. Was hast du meine Zeit? Okay, ich muss dich auch noch kurz beenden, mein Ding hat sich geschlossen. Bis gleich.